Aber guckt euch bitte diese, Moment, diese Insel an. Lasst es nur auf euch wirken. Mit dieser Bucht, mit den Wäldern da hinten, mit meinem Adlerkopp in der Fresse. Nein, es ist einfach wunderschön. Also die Insel hier ist wirklich wunderschön. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 54, glaube ich, ne? 54? Ja, ja. Von Let's Play Ark zusammen mit dem lieben Lorenz. Hello! Weil, wie ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen habt oder auch nicht gesehen habt, wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall in der Playlist und in der Infocard und da, da, in der Infokarte vorbei und guckt euch die letzte Folge an. War jetzt nicht so spannend. Also das Spannende war eher das Hören. Tatsächlich, glaube ich, weil, wie ihr das schon mal hört, sowas gab es halt oft, glaube ich. Ähm, ja, der ist gerade im Schneebiom und will sich, wie in der letzten Folge gesagt, ein Nashorn zählen. Ein Volli oder wie das auch immer hier jetzt heißt. Ich bin immer noch auf der Suche nach Bibern, beziehungsweise ich habe meine Suche noch nicht abgebrochen. Ich habe sie noch nicht aufge... Entschuldigung, Tisch. Noch nicht aufgegeben. Ich war jetzt an allen Spots, die auf der Karte als Spawn-Spot sind, bin schon hergeflogen. Ich werde jetzt noch, äh... Ich mache gerade mal kurz meine Audio ein bisschen leise. Die ist, glaube ich, lauter geworden. So. Das passt gewiss. Ähm, ich werde jetzt noch so weiterfliegen einfach, um ein bisschen die Map weiter aufzudecken. Ich will doch da unten in den rechten Bereich und dann fliege ich Richtung Schwarzen Strand und klappe da nochmal drei Punkte ab. Einmal an der Spitze von dem komischen Gebiet von den Miezekatzen. Quasi jetzt genau über mir an diesem Zipfel-Dor. Ähm, dann den Fluss noch weiter hoch, ist auch noch ein Spot. Und dann im Paradies ist halt noch ein Spot. Und da fliege ich dann auch noch hin. Wenn ich da nichts... Mmh, im Paradies ist auch noch ein Spot. Es spawnen ja immer mal wieder welche. Wenn dort, äh... Ja, ich muss sagen, Nasson stirbt jetzt. Nichts zu finden... Terrorbird, das willst du nicht. Du willst das nicht, glaub mir. Du willst es. 135 Schaden. Ja, wenn 500 Sachen dann Nasson angreifen, hat es auf jeden Fall keine Chance. Level 90 Terrorbird. Tschüss, man sieht sich, ne, auf der anderen Seite. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, dann werde ich dann mal mich auch dazu bewegen, zum Lorenz zu stoßen. Weil, ich denke, dann wird es entweder Zeit brauchen, dass die nachspawnen. Oder, ähm, wir müssten dann nochmal den Server restarten, dass die nachspawnen. Ich weiß nicht genau, in welchen... Ich weiß gar nicht, kann man einstellen, wie schnell Tiere nachspawnen? Müsste ich eigentlich auch mal nachgucken. Also quasi, wenn ich jetzt ein Tier, zum Beispiel ein Dödel töte, wie schnell es, also wie lange es braucht, dass der Dödel wieder ersetzt wird quasi. Da gibt es gewiss auch irgendeine Einstellung und ich denke, die gibt es dann bei den Bibern auch. Und wie gesagt, es ist halt komisch, dass hier keine Biber sind, ne? Normalerweise findet man die zwar schwer, sehr schwer auch, bin ich ehrlich. Aber eigentlich nicht so schwer, dass ich jetzt wirklich so am Verzweifeln bin. Und ich bin mir immer noch sicher, ich hätte hier einen Spot, aber der kann auch echt auf Ragnarok... Wie der Typ versucht hat, mich zu fangen, Alter. Was ist mit ihm los, ey? Als ob er so hochspringen kann. Ich dachte wirklich, es gäbe hier einen Fluss oder einen Bächlein, so ein Ding, wo ich... Ich dachte, das wäre so abseits, aber es kann auch ein Ragnarok gewesen sein. Gehe ich jetzt stark von aus, weil ich es halt hier offensichtlich nicht gefunden habe. Und ich bin die ganze Map abgeflogen. Was da vorne ist, ist kein Biber, oder? Der ist Lorenz. Ja, oh, der sieht schön aus. Hier ist noch ein Lootrop, den nehme ich gerade einfach noch mit. Woher gucke ich zumindest rein, was da so drin ist. Bauplan für einen lilanen Triceratopsattel. Absolut drauf scheißen. Und weiter geht's. Aber ich muss sagen, Baupläne sind so echt... Also, es kommt auf den Bauplan an, so für Sättel... Was ist die Metze von Sattel? Sättel, ne? Ja. Für Sättel oder Waffen sind die okay, die Baupläne. Äh, für Waffen und Rüstung sind die okay, aber für Sättel würde ich die tatsächlich nicht mitnehmen, weil tatsächlich, ich habe jetzt auch noch nicht den Sinn erkannt, äh, einen Sattel zu nehmen, der ein höheres Level hat. Also, ich glaube, du hast dann ein bisschen mehr Verteidigungspunkte auf deinem Tier. Aber, ich sag mal so, wo bleibt denn dann der Nervpitzel, ne? Ja, ich bin gerade richtig ruhig, weil ich einfach nur versuche, dieses Vieh zu zähmen, aber es kämpft halt gegen... Ah, hier kommt auch immer mehr, ne? Also, ohne Witz, hier kommt ein Wolfsüge nach dem anderen. Oh, ich freue mich schon auf unseren ersten Wolf. Schön mit den Wölfen durch die Steppe laufen, Alter. Freue ich mich jetzt schon drauf. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ich glaube, hier war ich noch nie. Offensichtlich war ich hier noch nie, weil ich hier die Karte gerade freischalte, aber... Es kommt mir aber auch so vor, als könnten hier Biber spawnen. Also, Biber-Dämme, beziehungsweise Biber spawnen meistens so am Wasser, beziehungsweise im Wasser, aber halt da, wo es so flaches Gewässer ist, so wie hier halt. Das ist so der Haupt-Spawn-Punkt von Bibern. Ja, ich habe es getötet. Ah, egal, wir finden welche, die noch besser sind. Es war Level 156. Wir finden nie wieder eins, was noch besser ist. So. Ich bin abgestiegen. Kritisch. Wie gesagt, das hier jetzt so ein... Das hier jetzt schon nicht mehr? Ja, doch, das wäre auch noch so ein Ort, wo es... Oh, Alpharaptor, Alpharaptor. Habe jetzt nicht aufs Level geachtet, scheiß ich aber auch drauf, bin ich ehrlich. 35 Schaden, was will der machen? Der kommt nicht mal an mich ran und macht dann viel Schaden, also ist der relativ low Level. Ah, ja gut, das... Nachsohn ist dann weg. Ha, passiert. Ist halt schwierig, so zu zähmen mit einem Eisbion, ne? Damit brauchen wir eigentlich den Quersaal auch, damit man die Tiere auftragen kann. Ja, na gut, das wird zu machen, ne? Ach, wir finden safe noch eins. Wenn ich gleich zu dir dazu stoße, vielleicht kriegt man es dann nochmal besser hin. So der eine lenkt quasi die anderen Tiere ab. Oder man lockt es halt irgendwie auf eine freie Fläche, wo man halt auch einsehen kann, wann die nächsten Tiere kommen. Ja, das schlimmste sind halt diese Moodle hier mit diesen Schweinen und mit den Wölfen. Ja, das stimmt. Die spawnen halt hier so oft. Der macht mir seit 5... Ja, moin. Ich wollte gerade sagen, der macht mir seit 5 Minuten keinen Schaden mehr. Auf einmal schafft er es wieder Schaden zu machen, aber der ist jetzt jeden Moment down. Ich will wissen, welches Level der ist. Level 48, ja. Okay, soll mal kurz hochfliegen, damit ich nichts angreife. Ich habe bekommen, oh, oh, eine dunkelblaue Metallspitzhacke, eine Alpharabdor-Kralle, eine dunkelblaue Sichel und einen dunkelblauen Revolver. Das sind jetzt nicht die besten Sachen, aber haben ist besser als brauchen. Und 3 Level, die möchte ich natürlich auch noch anmerken. Und 5 Millionen Primate. Oh, ist ja klasse. Ja, super, ne? So, und ich mache damit 709% Schaden. Also, das Vieh ist OP. Ich mache jetzt um die 160, 170 Schaden, glaube ich. Aber ich kann das ja mal gerade testen. Ja, ich habe jetzt hier die Killermaschinen. Eine muss es geben. So, wie viel Schaden mache ich? Jetzt hier an dem habe ich gerade 141 Schaden gemacht. Ja, gut, ich komme, glaube ich, immer auf den... Komm, steht, Mammut stirbt. Erledigungswert an. Oh, da hinten ist... Das ist die Insel, auf der ich ein Urlaubsparadies aufbauen will. Da fliege ich gerade kurz hin. Die möchte ich gerade zeigen in der Folge. Auf die diese... Ja, scheiß. War das bauen oder das zeigen? Äh, bauen. Das habe ich auf dem... Also, wo wir diese eigenen Server quasi hatten, habe stattgemacht. Aber auch nur so ganz klein, hässlich mit so einem kleinen Steg. Und bin da nie wieder gewesen. Äh, aber... Der Wille zählt. Loli ist ein Explorer Note. Ihr moin. Ich sammle so viele Explorer Notes. Die ist gerade fast ab... Oh, von Hyänen habe ich die Explorer Note gefunden. Hyänen? Hyänen. So, hier gibt es einen Lorenz. Also hier, dass die... Also, Leute, jetzt mal... Erstmal ins Licht fliegen, weil wir jetzt gerade tot sind. Hahaha. Jetzt mal unabhängig von den Grafiksettings oder von der Grafik von diesem Spiel. Die ist halt... Die ist zwar geil, aber es ist halt... Verpixelt und halt... Ne, es ist halt veraltet, weil halt nichts an dem Spiel mehr gemacht wurde. Aber guckt euch bitte diese... Moment. Diese Insel an. Lasst es nur auf euch wirken. Mit dieser Bucht. Mit den Wäldern da hinten. Mit... Mit meinem Adlerkopf in der Fresse. Nein, es ist... Es ist einfach wunderschön. Also, die Insel hier ist wirklich wunderschön. Da unten schwimmt. Drochen. Das ist wunderschön. Das ist halt echt schön, finde ich. Ich bin gerade in einem 114er Mammut dran. Vor allem, dass es hier so friedlich ist. Es ist hier so friedlich. Hier gibt es kein böses Tier. Ja, ja. Und hier baue ich dann immer so. Habe ich so einen Steg hingebaut und das werde ich auf jeden Fall auch machen hier. Wenn du es ein... Ist das ja Titan? Der Titan? Ne, das ist ein normaler Bront oder? Ja, ne. Ist der Titan, oder? Ich meine, das ist nicht der Titan. Ne, der ist viel zu klein. Bin ich dumm? So, wo sind wir? Verblödet. So, okay. Dann mache ich mich jetzt tatsächlich auf den Weg Richtung zu dir. Richtung zu dir. Vorher klappe ich dann nochmal den... Ich habe das Mammut down. Rot down oder Sam down? Ne, betäubt. Ja, gut. Guck mal, bitte schnell, was ein Mammut frisst. Ich meine nämlich Bären. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich bin sofort da. Doch, safe Bären. Safe. Bären, ne? Safe, ja. Brauche ich gerne jetzt eigentlich nachzugucken. Safe. Es regnet. Das heißt, bei dir schneit es wenigstens. Wenigstens etwas. Oh, und ein Wolf greift mein Mammut an. Ja, das ist halt das Problem, wenn du halt die Tiere nicht mitnehmen kannst. Ja, ich habe den Wolf jetzt und ich töte ihn gerade bei auch nur ein Einzelner. Gott sei Dank. Ungefähr adjustieren in die Richtung. Einfach straight fliegen. Und ich sage mal so, ähm, bis dato habe ich auch noch kein Fleisch reingetan. Sprich, meine Effizienz sollte ja eigentlich noch nicht runtergehen, ne? Das weiß ich gar nicht, wie das dabei ist. Ob die quasi dann schon potenziell direkt unten ist. Oder ob das erst quasi von dem Moment an zählt, wo du Fleisch rein tust. Das könnte ich dir gar nicht sagen. Das ist halt jetzt dann auch die Frage, ne? Das ist die Frage aller Fragen. Hast du den Mammut braucht? Ja, ich habe da den nachgeguckt. Ich bin mir sicher, dass es Bären sind. Ah, Mammut. Äh, Mammut. Essen. Mammut. Äh, Säugetier, bla bla bla. Äh, Pflanzenfresser, ja. Pflanzenfresser, okay. Loll. Was denn? Also, Zähmungsmethode, Knockout, steht hier zum Beispiel. Bevorzug des Kibbel, Trockenfutter mit Raptorei. Bevorzug der Nahrung, Gemüse. Von dem Mammut oder was? Ja. Also du kannst es auch mit... Ich habe kein Gemüse mehr, ne? Du kannst es auch mit Obsten so zähmen. Glaube ich. Okay. Okay. Ja, muss ich jetzt hier mal ein bisschen farmen gerade. Ein paar Bären. Hier sind ja auch ein paar Sträucher. Sträucher. Aber ich bin halt jetzt in der total... Wo ist mein... Ähm... Schwierigen... Situation, sagst du? Situation, ja. Wie gesagt, ich bin jetzt auch auf dem Weg wieder zurück. Ich fliege jetzt noch den schwarzen Strand und das Paradies ab. Du kannst eh nicht lang hier bleiben wegen Kälte. Doch, ich schaffe das. Ich nehme mir einfach den Otter mit. Nein. Nein. Also nicht. Ja, wie gesagt. Das Mammut jetzt... Wenn wir das Mammut wirklich bekommen, dann können wir farmen. Macht ein Mammut echt Holz? Ja, Mammut macht Holz. Ich dachte immer, das macht nur Stroh. Ne, dafür ist ja das Nashorn da. Man lernt nie aus, ne? Nö. Aber Nashorn ist halt nicht so häufig wie ein Mammut. Das stimmt. Und deswegen wollte ich halt eine Nashorn halt auch so unbedingt haben. Aber... Ja gut, dann kamen halt... Alle Tiere und dann war es Ripp. Na gut, mit dem Elch bist du auch schnell unterwegs. Stroh wiegt nicht viel. Das heißt, du bist immer flink und so weiter. Das stimmt allerdings. Also ist das ja jetzt auch nicht schlecht. Oh, da unten jagt dieser kleine Sarko und Gallium. Süß. So eine Anke mit Level 18. Komm, gönn doch einfach jetzt ein Biberdamm mit einem Level 80er, 90er, 100er Biber. Alter, was hat denn jetzt... Was hat denn jetzt meine Alexa? Man hört das in der Aufnahme zwar nicht, aber... Computer? Stopp. Zum Teufel, was hat das denn? Ich hab doch gar nichts in der Richtung gesagt, glaube ich. Nein, ich hab gesagt, kommt schon, ne? In der Sordenat. Keine Ahnung. Also du hast deine Suche so ein Stück weit aufgegeben, oder was? Ja, ich fliege jetzt hier den schwarzen Strand ab. Die Ecken so, wo die spawnen können. Dann, wie gesagt, versuche ich halt entweder zu dir zu stoßen und da halt gerade am Rand von dem Dings ein bisschen Pelz zu besorgen und mir dann halt so immer nach und nach die Rüstung zu machen. Ja. Er trägt mich jetzt auf. Ich hätte gerne einen Biber. War so weiblich. Kein Manni. Manuela. Ja, absolut. Es kann doch nicht sein, dass hier keine... Hier an der Ecke, wo ich jetzt gerade bin, hier sind sonst immer Biber. Immer. Oh, Gott sei Dank, da aufgehört zu regnen. Ja, bei mir hat der Schneesturm aufgehört. Aber ich bin mir sicher, da muss irgendwas an den Einstellungen falsch sein, weil es kann ja nicht sein, dass die so scheiße spawnen. Finde ich. Ja, wir können ja hier nach... Ne, wir zähmen jetzt den... Das Nashorn sag ich schon. Zähmen du mal deinen Nashorn. Äh, den... Oder Nashorn. Das Mammut. Mammut, genau, danke. Dann können wir den Server mal neu starten. Ja. Dann gucken wir einfach. Ja. Ich schließe nochmal durch hier, was bei den Server-Einstellungen, ob da vielleicht irgendwas ist, was wirklich explizit sagt, wie... Nicht wie oft, sondern halt... Also wie oft kannst du hier einstellen. Also zum Beispiel, dass es anstatt einmal, zweimal das Tier quasi spawnt. Sondern... Also nicht wie oft, sondern halt eher wie, äh... Wie schnell das wieder wieder spawnt. Weil mir ist mir hier viel zu heiß. Wieder, wieder. Widerlich. Besser widerlich als wieder nicht. Sag ich immer. Oh, sag das nicht, Hannah. Ich muss mal Ausdauer nachladen. So, zack, zack, zack. Inventar ist schon geklidiert, aufgeräumt. Ja, jetzt muss man hier halt runterhungern, ne? Mhm. So, ich bin jetzt gleich jede Sekunde im Paraditzel. Ui. Er ist deprimierend. So, kein... Kein Dings zu finden, wirklich. Also wirklich keins. Kein Biberdamm, kein Nichts. Zieht mich schon so auf einer gewissen Art und Weise runter, bin ich ehrlich. Übel melancholisch auf einmal. Wir starten hier nach dann einfach den Server nochmal neu. Ja, dafür. Kriegen wir schon hin. Ja. Wir haben ja auch schon prediktet in der ersten Folge, dass wir oftmals die Einstellungen nochmal anpassen müssen. Also zum Beispiel mit dem Baum nachwachsen hat schon mal funktioniert, aber es ist auch noch zu stark. Das heißt, das stelle ich auch noch einen Ticken runter wieder. Häää! Sonst geht's dir gut, ja? Bist du tot? Lol. No way. Hier ist ein Biberdamm. Nicht. Dein Ernst. Ich guck jetzt, nach zwei Biber. Ich stand hier gerade rum. Ach komm, Alter. Der eine ist Level 12 und der andere... 24. Ihr Hurensöhne. Level 6, Agentar. Ich töte die. Danke für nix. Och Mann, ey. Das ist jetzt so unbelohnt. Lol. Ich beschwere mich noch, dass hier keiner ist, so. Jetzt ist hier jemand und jetzt muss ich den halt auch töten. Was heißt, das muss ich jetzt nicht töten, aber jetzt habe ich ihn getötet, weil die ja nachspawnen sollen. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen frei. Marrakesch. Ja, nee. Die ganzen Bäume aber weg, damit ich potenzielle Feinde früh genug erkennen können. So. Wir haben Biber gefunden. Das Ziel der Feuerwehr hat theoretisch ja geklappt. Absolut. Bin ich ehrlich. Mal Pelz ein bisschen bekomme. Den haus ich dann mal mit der Spitzhacke, war das, ne? Spitzhacke oder Axt? Äh, mit der Spitzhacke. Hallo? Oh nein, der hatte ein Inventar. Oh nein, der war, glaube ich, ziehen. So, mal gucken, was die hier so in ihrem Biberdamm hatten. So, jetzt habe ich hier eine schöne Lichtung mal gemacht. Ui, 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 ui. Schön viel. Ich kann mich nicht bewegen. Das war so klar. Ähm. Hier trampelt nur die Anke und die ist ja friedlich. Und als ob ich... Ich muss absolut bei mir mal auf Gewicht skillen, Alter. Lockdown, komm mal her. Ich packe dir mal ein bisschen Holz rein. Hier Holz. 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 Absolut getrunken, anstatt das Holz zu nehmen. Man kennt. Man kennt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Ihre. Alla. Du musst absolut mein Inventar jetzt mal ausleeren. Ich habe so viel geilen Stuff dabei von den Alpha-Tieren und so. So. Zack. Drauf und wegfliegen und erst mal Inventar clean. Dann ist die Folge dann auch zu Ende. Genau. Und passt das alles. Ja. Dann räume ich gerade noch die Sachen ein in der Zeit. Äh. Gesundheit. Wir haben schon wieder nicht so wirklich Fortschritt, jedoch man muss auch bedenken, wir haben Biber gefunden. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben Biber gefunden und das ist auch gut so. Haben uns halt nur nichts gebracht, weil sie Low Level waren. Ja, aber wir haben Mammut. Wir haben einen Mammut. Wir haben einen Mammut. Wir haben es noch nicht. Potenziell. Potenziell, genau. Also wir haben diese Folge, waren wir produktiv. Ja. Also ich jetzt nicht wegen der Sicht, aber du auf jeden Fall, auch wenn es nicht deine Sicht ist. Ja. Man kennt. Das ewige Prozedere. Wir lassen die jetzt wieder runterhungern hier und dann nochmal in der nächsten Folge können wir gespannt sein, ob ich statt Mammut gezähmt habe oder nicht. Alles. Ich denke, das ist ja perfekt dann aus deiner Folge, das passt ja dann alles, ja. Stimmt. So, Pelz hier. Den Pelz jetzt erstmal hier auch rein. Scheiß drauf. Äh. Waffen, 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 Waffen. Packen wir einmal die Spitzhacke rein, den Revolver, die Spitzhacke, die Sichel, Trophäen. Ähm. Den Arm, die Kralle, Rüstung, Rüstung, die zwei Köpfe. Wir haben halt einfach, ach du Scheiße, wir haben wir nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf, elf. 13 Mal können wir jetzt den Kopf schon machen. Ja gut, ne? Hab ich gesagt. Ich hab gerade auch nochmal einen Kopf weggeschmissen, weil wir einfach zu viele haben. Hey, man kann nie zu viele haben. Öhö. Ich würde ja gerne Steamy-Band drücken, aber. Hä, hä, dann. Ne. Hä, 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 hä. Zement. Wir haben doch schon richtig viel Zement, ne? Ja, einfach 14.500 Nahrung. Ist ja quasi nix irgendwie. So, und mit diesem, pack noch das Fleisch, das ich hier gerade im Moment habe, in Feuer. Hol das andere Fleisch mal hier raus. Zack. Ich glaube, ich lass den bis auf 130.000 drunter. Gut, Leute. Äh, bei 13.000. Ja. 13.000, ja. Dann, ähm, vielen Dank fürs Zusehen. Äh, wie gesagt, es war jetzt wieder nicht so eine extrem spannende Folge, aber wir haben potenzielle Bi-Band gefunden. Wir wissen, sie existieren noch auf der Map, auch gut zu wissen. Ähm, und ja. Dann, äh, ist die nächste Folge wieder am Dienstag aus Lorenz' Sicht. Und, Alter, das sah gerade richtig gruselig aus, obwohl das nur ein Stein war da hinten. Alter, der sah richtig gruselig aus. Genau, aus Lorenz' Sicht. Da fliege ich dann wahrscheinlich jetzt auch gleich hin. Ähm, beziehungsweise besorge mir ein bisschen Pelz. Und, ja. Dann haben wir eventuell nächste Folge einen Mammut. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein. Und ich würde sagen, haut rein. Tschüss. Tschüss.